Mein Name ist Dietmar Feld. Ich bin der Chief Operating Officer bei Werk 2. Deswegen hatte ich ja eben die große Ehre mit dem Herrn Huber unsere beiden Produktlinien, die Roadmap der beiden Produktlinien vorzustellen. Die Arbeit macht sehr viel Spaß und wir sind ja unter anderem auch der Veranstalter hier und sind sehr stolz über dieses Format. Weil der Vortrag das erste Mal die Print Cloud genannt wurde. Es wurde zum ersten Mal ein Service auf Basis der Print Cloud veröffentlicht und da werden noch viele spannende Sachen kommen und die sollte man auf gar keinen Fall verpassen. Und wer von Anfang an dabei ist, bekommt auch alles mit. Der Print Day hat eine sehr spezielle Atmosphäre. Wir als Veranstalter nehmen das zumindest immer so wahr, dass unsere Partner extrem gerne zu diesem Event kommen. Das ist nicht nur die Produktvorstellung, sondern man freut sich einfach mindestens einmal im Jahr sich zu sehen, einfach zu quatschen, auch über Probleme zu reden, aber auch über Lösungen. Und gerade nach den zwei Jahren Pause oder fast zwei Jahren Pause durch die Corona-Pandemie macht es unheimlich viel Spaß wieder normal unter Menschen zu sein. 1